Hallöchen zusammen es geht los mit einer Runde Battlefield 4 und ich habe mir überlegt ich spiele noch einmal zweimal ein paar Runden bevor das neue Battlefield rauskommt auf das ich mich wirklich sehr sehr freue und ja fangen wir mal an als Sturmsoldat und mal gucken ob ich hier was reißen kann wäre jetzt cool wenn da einer aus dem Heli aufsteigen würde ja oh nein na gut habe ich mich halt verklickt ich dachte ich wäre auf dem Heli gewesen aber egal Foxtrot gehört uns würde ich sagen direkt weiter zu E Irgendwas neblige Feld Entschuldigung ich bin ein bisschen erkältet Ok Eiko gehört uns natürlich jetzt auch 80 Meter bevor wir da sind sehr sehr nice Ne mit dem habe ich keine Lust mehr zu fahren jetzt sind wir jetzt sind wir hier wo eigentlich ein Rest laufen kann wo es vielleicht auch sicherer für einen ist den Rest zu laufen Ok da ist direkt ein Panzer gucken ob wir da rein können Halt Taste gerückt Charlie haben wir bekommen yeah nice so wie sieht es drüben aus der Heli gehört uns auch Ok Erste Kill Ihr Jungs habt ihr Klümpchen Ok Hier ein paar Noobs auf dem Dach Gucken wo müssen wir hin Und dann läuft ich weiß gar nicht was der Countdown macht Ich dachte jetzt irgendwas am Anlänger könnte man einstellen Da habe ich mich wohl vertraut Meiner BÄM voll in die Fresse So weiter gehts Das gehört uns ja Mal gucken ob wir langsam nach Bravo vorrücken können Was zur Hölle Was passiert hier Ich treffe nichts Mann was war das denn für ein Noobscheiß Ey Ok den haben wir Er ist da hinter uns Da ist da vor uns sind auch noch zwei Da wollte ich zu viel Einfach zu viel Auswahl Charlie Ok ist tot Oh oh Da kommt ein Panzer Ja ok Und irgendwo Auf dem Dach Sehr schön Sehr sehr schön Wahnsinn ey Hocken sie alle auf dem Dach Ihr Pisser Kommt da runter So wir gehen mal reingucken Weil Nämlich unsere Fahne singt Den haben wir Oh das ist noch einer Oh das ist noch einer Alter Der hat ihn jetzt Kann ich reviven So hier ist die Klümpchen So Mann 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 Alter die sind aber auch Gespawnt da hintereinander Sehr sehr unglücklich Aber es hat mir alles gut gehört Wie kommen bestimmt gleich welche Was soll er Der hat einfach nur geschossen Und hat mich direkt getötet Ja Der Scharfsitz ist der Beste Einfach mal hingestellt Einen kleinen Heddy verpasst Wo hänge ich hier fest Alter Falter Hat mich der Panzer etwas mitgeschliffen Ok Ein bisschen in den Schatten gehen Da draußen kommt einer Ok jetzt nicht mehr Kommen aber noch mehr Ok Ok Delta haben wir Das heißt Theoretisch Foxtrot müssen wir zurückholen Scheiße Sind sie an der Seite Anscheinend an uns Vorbeigelaufen Sollte aber schnell wieder Unser Punkt sein Hier irgendwo ist einer Ist tot anscheinend Ich hoffe der ist das Ich habe Sichtkontakt zu dem Feindlichen Försterwagen Genau östlich seiner aktuellen Stellung Einsatzstil Foxtrot wurde gerade neutralisiert Hier kommt das Medikit Kumpel So und Foxtrot befindet uns Jetzt will ich nur mitfahren bitte Dankeschön Das hat gerade noch so gepasst Da Irgendwo hier Ist er sicher dass er da dran ist? Da ist einer von uns Alter So fährt er Nee komm Der fährt mir zu blöd Oh nein ein Quatsch Da hätte der andere mitfahren können Das verschießen wir mal Was für ein Idiot Mann Ich hätte mit dem so schön weiterfahren können Hast Glück gehabt Junge Erst Klümpchen Ich hätte mit dem so glalt Ich hätte mich nicht mehr Und gem δεν Ich habe das Noch spouse Ist er Los Not 排 Deinen D Ich Fuck Okay, wir halten es nur, irgendwo ist einer, wahrscheinlich, wahrscheinlich da drüben auf der anderen Seite. Charlie verlieren wir, okay. Dann auf in den Tunnel. Mann, da bin ich immer aber auch ins Gesicht gelaufen ey. Ah cool, danke. Wo ist jetzt der Tunnel? Da. Da ist ein falsches Fahrzeug, festlich von dir. Komm, ich geh. So. So. Heile im Torz. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Foxtop übernommen. Hm. Was? Den habe ich nicht gekillt. Den auch nicht. Okay, da kommt noch einer. Achtung, wir haben Einsatzziel Foxtrot verloren. Was? Den habe ich doch gekillt ey, komm. Ja, hat der Glück gehabt. Hat der Glück gehabt. Mensch, Mensch, Mensch. Was für ein Scheiß. Nimm doch die Fahne ein. Oh Mann. Mann. Ey. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Charlie verloren. Greif das Einsatzziel an. Ich habe Sichtkontakt zu dem feindlichen Panzer und festlich von dir. Okay, da hinten ist einfach einer. Hau offen halten. Ich habe den feindlichen Panzerjäger gesichtet. Okay. Dann zurück zu Charlie. Okay, ein Panzer. Das ist natürlich scheiße jetzt. Hier komme ich nicht weiter. What? Ah, komm. Jawoll. Alter, war das knapp. Zum Glück konnte ich da kontern. Ich habe noch nie, ey. Das habe ich so selten mal geschafft. Okay, da ist ein Panzer. Das war aber auch blöd. Hat der mit der Schrot mal alles daneben gesammelt? So ungefähr geht es mir, wenn ich die Schrotwinte normalerweise habe. Egal welche. Es geht einfach alles daneben und dann ist man der gelackmeierte. Einsatztier Bravo wurde gerade neutralisiert. Welches Einsatzziel haben wir? Hier ist deine erste Hilfe, Mann. Okay. Eieieiei. Das ist das? Der ist unter dir. Der ist unter dir. Nimm. Der ist unter dir. Der ist unter dir. Scheiße, zu spät. So, die zwei sind weg. Die schlichen aber ja auch schön versteckt herum. Wieder in den Tunnel. Jetzt drüben auch, es gehört uns. Okay. Okay. Wow. Pass auf. Pass auf. Okay, der scheint so zu sein. Okay. Okay, der kümmert sich um den Typen. Alter, bist du blöd? Ey, ey, Bananen. Und ich sag auch noch, der kümmert sich um den. Trifft alles, nur nicht den Typ. Wir haben Einsatzstil Foxtrot neutralisiert. Was für ein Hoden-Kobold, ey. Wie sitzt drüben aus? Äh, Anruf, Alter. Okay, Delta gehört nach uns. Einsatztil Foxtrot ist jetzt unter unserer Kontrolle. Äh, Delta gehört nach uns. Schnell dahin. Alter, man sieht hier überhaupt nichts. Bin ich. Ach, da ist die Leiter. An der Treppe. Einsatztil Foxtrot ist verloren. Festlich deiner aktuellen Position ist feindlicher MG-Schütze. Schon wieder Foxtrot verloren. Jetzt ist aber... Na gut. Aber so nah an der Base. Das ist der erste Punkt an der Base. Die meisten spawnen anscheinend halt an der... An der Mitte der Map. Okay. Das scheint feindlicher Panzer zu sein. Östlich deiner Position. Ha! C4. Mann! Ich wusste es. Ich wusste es. Alleine ist immer so eine Sache. Äh. Okay. Der drivet hier durch die Gegend. Ah, nehm ich mir mit. Okay, der ist ein bisschen... Er ist nicht so einfach zu fahren. Auf dem freien Feld. Oh, 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 oh. Ich werde... Angegeltet. Ah! Und keiner macht was da. Fährt der Panzer und vorbei. Ah, alter, schwit. Wir spawnen wieder in der Mitte. Wir spawnen wieder in der Mitte. Alter! Ja, man darf sich nicht drauf verlassen, dass der andere sich darum kümmert, ey. Das ist echt... Ich hätte einfach auf den gleichen Typ schießen müssen. so, jetzt aber... Aber... Du Hodenkobold, ey. Dachtest, du könntest mich pflaxen. Aber nein. Boah. 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 Irgendwo einer Und da hinten ist auch einer Oder auch nicht Na scheiße, da habe ich auch nichts mehr gesehen So, wieder nach Delta Oh, da ist einer Irgendwo Na, komm schon So Wir verlieren Delta Na, wo habe ich denn hingeschossen? Na, na, na So Wo bin ich? Die kriege ich noch Das hat man dann davon Das hat man dann davon Ist auch wieder so eine typische Situation Wenn ich da mal stehe Ein Heddy Für mich Wenn andere da stehen Die werden nicht mal gesehen Nicht mal gesehen wird der Das steht immer noch da Kranke Scheiße So Ein bisschen heilen Ein bisschen gucken Okay, der ist weg Was ist das hier so dunkel sein? Ja Oh, vielleicht ist es Droh die Giseste Das war's. War das blöd von mir. Mensch, 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 Mensch. Alter, direkt neben dem Panzer. Was für ein Pech. Was für ein Pech, sag ich nur. Ach. Na komm schon. Nein, ey, das kann nicht sein. Bäm. Bäm. Malakas. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzstil Charlie überlochen. Bäm. Habe ich einen mit der Granate gekillt. Loll. Lassen Sie sich jetzt hier voll fertig machen oder was? Nein. Ich will, dass ihr dieses Einsatzziel verteidigt. Na, komm schon. Boah. Boah, gegenüber. Und der arme Kerl ist bei mir gespawnt und war direkt tot. Ach ja. Ach ja. Wie oft mir das schon passiert ist ey 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 ey. Das ist echt immer so eine Sache. Aber ich finde das gut gemacht, je nachdem wie man beschossen wird, dass man auch gar nicht erst beim Squad Mitglied spawnen kann. Das ist eigentlich ganz nett. Oh Gott. Okay. Da war ich ein bisschen irritiert, weil der grüne Name dahinter war. Dachte ich erst, das wäre einer von mir. Aber. Ne. Ei 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 ei. Ja. Da hat ein paar in den Ass bekommen. Okay, der ist tot. Hier wird nicht ein feindlicher Panzerjäger. Dann wird nicht ein feindlicher Panzerjäger. Dann wird nicht ein feindlicher liberiert. Dann wird es zu schämen, wenn er hier ärzt wird. So. Wieder eingekillt. …. Loll. Okay, das Dach gehört uns. Ja, sehr unauffällig. Ui, da sputzt jemand nach mir. Oh, Alter. Was geht hier ab? Oh. Okay. Du rennst ja nicht einfach so vorbei. Hey, unten siehst du gar nichts mehr. Gewonnen. Ah, herrlich ey. Tut das gut. Ach ja. Sehr schön. Ich glaube diese Runde war gar nicht mal so übel. Ja, zweiter. Zweiter geworden. Naja. Gut, das reicht mir. Danke fürs Zusehen. Ciao. Tschau. 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 Tschau.